Ihr klaut gerne Autos in GTA. Ihr erschießt gerne andere Leute in GTA. Ihr klaut gerne das Geld von anderen Spielern in GTA. Ihr sprengt am liebsten Autos von anderen Spielern in die Luft. Hey Leute, hier ist mal wieder euer Dragon Ray. Und mit dabei habe ich den Lukas, also den Bravo, wie er gerne genannt werden will. Hi. Und wir wollten mal heute darüber reden, was ihr gerade im Hintergrund seht. Das ist die Eselsmütze, also auf Englisch gesagt Dams und heißt so viel wie Esel. Und darüber wollten wir einfach mal reden, wie beschissen das ist. Ihr habt das schon im Intro gehört. Wenn ihr gerne Leute in GTA tötet oder anderes Auto klaut oder gerne mal einen Sprengsatz vor die Garage zu werfen und eine gerade rausfährt oder sonstiges oder gerne andere Spieler tötet, dann ist GTA Online nichts für euch. Wenn man zu ungefähr, sag ich mal, wie viele Autos kaputt macht von allen Spielern oder klaut oder andere tötet. Ich weiß es gerade gar nicht, wie waren es bei mir. Ich habe einfach mal so schöne Blinklichter, dein Auto öfters gemacht und die sind dann irgendwie explodiert nach einer Zeit. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich habe einfach mal ein Steuerkreuz benutzt. Ja, das ist einfach passiert. Ja, das habe ich auch noch öfters gemacht, nur ich habe sie leider noch nicht bekommen. Leider. So leider. Ja, ich freue mich doch schon darauf, die zu kommen irgendwann, dass ich das Spiel dann vielleicht sogar kaputt machen werde, weil ich nicht mehr online mit meinen Freunden zucken kann. Das Geile daran ist, wenn ihr so ungefähr 50 oder nicht, das war jetzt übertrieben, so 20 Mal ein Auto kaputt macht von jemand anders oder andere Spieler belästigt, nervt, wie man es auch nennen will, obwohl das in GTA eigentlich normal ist oder dafür gemacht ist, dann kriegt ihr die E-Systeme und könnt nur noch mit Leuten spielen, die auch Spielverderber sind oder Cheater sind. Dazu könnt ihr nicht mit euren Freunden spielen. Warum Boxer das macht? Keine Ahnung. Warum das überhaupt in GTA ist? Keine Ahnung. Diese Mütze hat man dann zwei Tage lang. Weil das Blöde ist, wenn man dann bei dem, wenn man zum Beispiel Rennen fährt oder andere Missionen macht, einfach in der öffentlichen Lobby ist vor. Man kann mit anderen Spielern keine Mission mehr machen oder mit deinen Freunden, wo gerade keine Esels-Mütze haben. Man kann nur noch Rennen fahren, Überlebensmodus kann man noch spielen, aber mehr auch nicht. Dann fragt man sich überhaupt, was ist der Sinn von GTA? Leute umbringen, anderen die Autos klauen oder andere einfach mal in die Luft jagen, wenn es euch die ganze Zeit nerven. Sie können doch einfach auf einen anderen Server gehen und keiner tut andere Leute wohl 24 Stunden. Solche Sachen man tun, wer macht das schon? Und was? Dann fragt man sich noch, was ist dann überhaupt der Sinn der Sache? Das liebe ich so an GTA, den Passivmodus. Du stellst ihn ein und die Spieler können dich trotzdem mit Explosionskillen oder sie jagen dann auch genug, wenn du in der Nähe stehst. Genau und dazu noch, wenn man andere in Passivmodus tutet, bekommt man auch noch die Esels-Mütze. Wenn man es mehr macht, natürlich macht. Hey Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.